ja moin und hallo und jetzt willkommen zu einer neuen Folge 2 2 gegen 2 heute in einer neuen season und zack ist voll vorbereitet auf den heutigen tag ich bin aber sowas von ready wir sind übrigens wieder hier logischerweise in der vorrunde 30 jetzt angelangt sind nur noch drei mit dem heute und deshalb müssen wir heute auch überziehen deshalb kriegst du heute 63 liga damit das besser auf 63 liga und nicht nur 60 weil sonst hätten wir neun übrig gehabt er ist scheiße ich glaube es gibt sogar 70 insgesamt noch und das heißt aber bis noch vier aber ich musste mal lauter machen jetzt aber auch kopfhörer auf die kopfhörer auf ihr könnt natürlich wieder mithören link ist in der beschreibung hier das lied haben wir gerade und da sind wir dann unterwegs zeit technisch kriegen jetzt ein bronze gegner um es einzugehen das finde ich gut der konnte yellow nicht schreiben ja das kann aber auch der andere konnte nicht also aufs mint das sind entweder bronze gegner oder blizzards matchmaking hast du denn mitbekommen dass stormgate inzwischen zumindest wenn man sich einkauft freigeschaltet ist für alle anderen du bist glaube ich nächste woche oder so kostenlos du wirst überrascht sein aber nein ja die ist die bewertung sind auch ausgeglichen und ist das eigentlich kein recht sein eins zu eins soll noch ganz okay sein der ganze rest ist noch gar nicht fertig so ist verstanden und eins zu eins hat die frage wie einem das so gefällt was geht es denn aber wir können ja mal rein ist ja keine ahnung ich muss arbeiten ich habe keine zeit für sowas ich bin alter mann letzte woche 30 geworden alles gute arbeit vergessen das ist also genau von der woche habe ich reingefeiert also wenn wir das aufnehmen hier also für euch ein nirgmix ist jetzt offiziell alter mann der renner muss da auch schon raus sein jetzt gerade angefangen zu arbeiten jetzt geht's der beihilfe bescheid vor allen dingen wir brauchen mehr mineralien das kannst du jetzt nicht nachvollziehen weiß auch nicht das jetzt ausführen sollte aber der klavier klavier ich glaube dir ja unsere letzte aufnahme session ist glaube ich sechs wochen mehr oder länger nachgucken ja ich war leider unverhofft krank das kommt oft das klingt auch wie so eine pokémon folge oder so unverhofft kommt oft oder eine serie von rtl oder so was spiele ich hier überhaupt pool first wie ist es hier denn ergangen in unserer aufnahme freizeit nicht so geil macht das ohr kannst du mir zuhören ich glaube nicht wie kann ich dir zuhören du wirst du nicht so auch wenn er noch funktioniert wir brauchen mehr mineralien hier die potzmann ja ich es ist ein start in einer aufnahme session und ich gebe dem ersten lied direkt meine zwei irgendwas stimmt mit mir noch nicht das finde ich auch überraschend aber gut der ist noch leiser als die davor und das ist so ein komischer küssen kann man nicht alleine typ max rabe jetzt noch die rtl werbung dafür nähe die die prosieben werbung war es glaube ich habe es gehasst was denn und max rabe zu zweit nicht alleine ich habe es gehasst diese werbung weil ich dieses lied dann immer im kopf hatte und es war so schrecklich guck mal der macht so eine zahlrockwall hier mit einem stargate übrigens da sind ziemlich viele linke drin aber der 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 griggs hat ja pool first gespielt nee nicht mich jetzt aussperren ich will helfen aber bau mal ein zweit peinlet tja als hätte ich damit gerechnet oh er hat einen kartentrick gemacht ich weiß dass du gerade nicht mitbekommen aber ist er noch irgendwo oder ist er jetzt nach hause gegangen ich bin mir tatsächlich unsicher aber er ist halt auch tot hier guckmann der ist dann so ein pokerspieler zurück das ist ein besseres leben als was er hier vor sich gibt aber mag ich aber auch nicht muss ich ehrlich zugeben dafür brauchen wir mehr overlords hat aber auch viele länge nicht die einbauen ich finde gut dass der andere so gewollt hat dass sie einfach an ihm vorbei rennen kann reicht die energie nicht du machst ihn gerade wieder kaputt ne ja ich hab ein paar worker gekillt aber das war ja auch mehr wir hatten fliebigen der rusht carrier zahlrock ich weiß da wirst du jetzt wieder sagen aber ich möchte das nicht ich mach mal einen leertag uns fehlt energie im schwamm cluster ist eine neue königin geschlüpft recht viele linge also drei dinge sind auch irgendwie nicht so toll muss man sagen aber dafür reicht die energie nicht weil die olle doppelt gewinnerinnen mit ihrem besseren lied luisa ne lorraine lorraine elvira ist aber auch frisch bestimmt dafür reicht die energie nicht dann wird es doch durchaus ein top name für musiker oder elvira alles mit abstand das bessere lied finde ich als ihr zweites alles halt sehr viel im radio kaputt gespielt kann man ja sagen das war schon revolutionär dafür reicht die energie nicht ich hoffe du hast auch deine ecolines mal ein bisschen abgesichert langsam weil da kommen gleich 18 carrier die luschelt ja ein bisschen viel das ist richtig uns fehlt energie dafür reicht die energie nicht die evolution ist abgeschlossen wir brauchen mehr mineralien wir haben kein gas mehr ja wir haben alles nicht mehr das verstanden was man hier lassen kann singen kann sie ja doch irgendwo auch ja ja da ist was bei dir du hast dich nicht mehr getötet das ding geblinkt und hast sie nicht mehr bekommen da gehört auch was zu geht nicht dafür brauchen wir mehr mineralien uns fehlen mineralien ne ich hab ihn doch das geht nicht boss so jetzt müssen wir gleich mal was machen weil sonst sind da gleich 18 carrier dafür brauchen wir mehr gas dafür fehlt uns gas das war eine aufforderung dass du dich langsam mal da los bequem ist dafür reicht die energie nicht das geht nicht boss lass dich die rocks gehen ne das ist ein schild batterie und so andersrum aber er hat viele linge hier hier der typ da der typ da der hat uns auch schon gesehen ne wir müssen jetzt was machen wo das dies jahr Hure 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 sind sie gleich naja jetzt sind das 18 Spinecrawler oder what the fuck ja ne nicht nicht da nicht da nicht da zerfack die evolution ist abgeschlossen dafür fehlt uns Bespin Gas der Mineraliencluster gibt nichts mehr her Mutation abgeschlossen oh man ja lass mal dann zu dem Spinecrawler-Typen gehen anders geht es ja nicht da rock das war eine aufforderung so ich hab die linke mal abgeräumt ein Mineraliencluster unsere Verbündeten werden angegriffen da kommt da da gerne zurückblinken ja das gefühl ich hab zu viele anti air einheiten und zu wenig ground aber hey das gefühl die carriers sind tot jetzt kommt der move jetzt laut aus leitet uns sieg ein war schon ein geiles Lied singen kannst du nicht brauchst du eins sind damit schon am Ende ja damit sind wir schon am Ende der heutigen Folge das war ein schönes Schlusswort ich würde sagen das war's für heute macht's gut Leute tschüss die wir sind das war's für heute der der die der Vielen Dank.